Are you ready? Martin, we'll be quiet. It's crazy, especially when we're going to continue. Look at another half meters, it's okay. But not in the ground, it has to count as standing. They're all very similar in the way they attack the race. At least they have been this season. 23 flat is just about... How quick Tom Shields in the picture as well. And this is what he expected, folks. Shield. Could we see a world record? They're ahead of world record pace. Dressel, 8.08 is the world record. He did it! 22-4 and then he comes back in 25-3. And this ended up being a big deal. Motions andémgart Die Welt. Die Welt. Die Welt. Die Welt. Die Welt. ...to get a world record. Sie denkt, sie hätte es getan. Ja. Way out. Ja. Ja. This could be over 85. What's it going to be? What's it going to be? 229. She has added a meter and 20 record. And it started the game. Goal. 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 . 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 2.29 In der letzten Runde wurde eine große Bedeutung verabschiedet, von einer marginalischen Bedeutung. Was wird dieser Bedeutung sein? Es sieht aus wie 9 m. Longest Bedeutung in der Geschichte, 8.91 m, und er wird gebeten! Es ist 8.95 m, für Biemanns World Rang, in die Zentimeter, added zu dieser historischen Bedeutung. Es ist wirklich stehendig. Wir schauen mal wieder, Geschichte hier, Powell sträht, die Legs scheinen nicht mehr auf den Boden. Die Gäste und Geheim! Highseit auf. Die Gäste und Gäste und Gäste sind zwar in einer kleine dritten Runde, aber es gibt zum Beispiel dem Zasya, Mäste und Dagelamme! Jedehame und Gäste, die Sie, die Sie, die Sieg betrifft und Sieg betrifft! priviert Sieg betrifft! coat yourseitig betrifft! Halt als Sieg. Halt als Sieg! Halt als Sieg! Dann wird auch Sieg! 0.64 0.64 7.64 2.64 1.64 0.64 0.74 1.64 1.64 9.63 1.64 3.64 3.62 1.64 Schammery, 2 proste ręce w górze. Idealne założenie, blizutko tej tyczki Armand Duplant, ależ go ona wyrzuciła. Jeden kochany! Jesus, to pokonał to z takim luzem. Tam było 6.20 ponad. To jest niesamowite. Taki dotknięty właściwie, a tutaj... Ja dość daleko od dołka, jest 4.60, to jest odległość od odbicia do krawędzi dołka. Tyczkę trzyma, idealnie też były ustawione stojaki, 5.10, 5.12, jest uchwyt. Nie puszczaj to... ...inzide the first 30 seconds, and it's taken everyone by... Mark Hughes, could be in trouble, straight away, dead pieces, but just look at this from open play, Begovic gives it all in. Well, we said this win was swirling, awkward, taken the lead, and it's gone all the way through and over... Away, first time, good start from Bovs, very often after the major championships, the athletes come out. Begovic trying to go with him, and he's been dragged through to second place, but he's going to win it by two metres. This final was clearly very different. He allowed himself to play that. And here is the photograph of him. Everybody expected Gay to be second, that's what we've just seen. But for Gay to produce that performance, you're dead right. He deserves enormous plaudits back to Powell. But, goodness me, pound for pound, let's be fair, pound for pound, Gay is the better athlete, but I'm afraid it's not measured like that. But guys, if we don't know, we have a new job. You can let me tell them, you're dead right. If you want to die right, I don't know. Vielen Dank.